Wie ging das Ding wirklich dorthin geflogen? Das ist mega. Hättest du die Sagen dann kaputt? Ja, kann passieren. Ist kaputt gegangen. Ja, ich bin feuchtfröhlich durch die Prärie von Cernerus am Fahren. Aber als nächstes machen wir erstmal, verkaufen wir den großen Heli, den ganz großen? Mhm. Und kaufen davon zwei kleine. Kaufen davon zwei kleine? Richtig. Oder ich kaufe mir ein Flugzeug. Na, wo willst du denn das? Na gut, bei uns ist viel Acker, aber... Nee, ich meine, das lässt sich sofort in Sand, deswegen. Ja, das glaube ich auch. Flugzeug ist nicht so kein Ding, ne? Was rennt denn da hinten? Ich finde das toll, ich finde es super, aber ich kann es nicht fliegen. Jetzt muss er doch tatsächlich noch sich die Bs angucken, die da am Wald gebaut wird von irgendjemandem. Ja, ihr könnt ja mal gucken, ob der Save aufgeht mit 4x0. Na, ich renne nachher sich hin. Und Zombies, da scheint Zombies zu spawnen. Wie weit waren die Missionen weg? Welche? Diese mit dem komischen Heli. Mit dem komischen Heli? Mit dem komischen Heli? Du meinst, die wir jetzt gemacht haben gerade? Ja. Ja. Die war von unserer Bs aus, war die 2,3... 2,4 oder so? 2,3 km. Jetzt kommt er wieder. So. Ich werde mal so tun, als ob, ne? Das fährt auch nicht mehr wetten. Der braucht aber... Achso, man muss da 4 Räder, aber... 4 Räder? Ja. Jedes Kackauto ist kaputt. Jedes Kackauto. Ich habe nicht die Nerven die zu reparieren, ehrlich nicht. Kommt der jetzt? Was? Oh, gelbe Kette. Geh weg! Hehehe. Wo ist er denn jetzt? Ich hoffe, ich krieg schon einen Internetausfall für die nächsten 4 Wochen. Ach, da ist er ja. Der braucht aber 4 Räder, ne? Wer braucht 4 Räder? Na dann lass uns laufen. Oh, Daniel, ich sag mal was, was ist das denn? Du hast dir mein Gesicht schläft dabei ein, wie ich mit dem Fahrrad fahre. Ah, die Kette ist wieder weggegangen. Ignorier mich ruhig. Du kleines Kamerabenschweinchen. Ja, ich hab's gehört. Fahrrad ist sowieso meistens, wenn du über Stock und Stein, ist es sofort gleich kaputt. Und dann kannst du es nicht mal mehr einpacken. Oh ja. Das finde ich furchtbar. Ich glaube, wir sind doch hier eigentlich nur gerade ausgelaufen, ne? Ja, doch. Relativ. Na, ich muss bloß immer auf ihm achten. Ich glaube, er hat sich das markiert. Wollte ich jetzt nicht extra machen. Du fauler Hund, ey. So ein fauler Hund. Was machst du eigentlich? Bin ich nicht. Alter. Aber warum soll ich das auf der Karte markieren, wenn ich jemandem hinterherlaufen kann, der genauso da hin will? Alter, Daniel, du bist so ein faules Spiegel. Ach, halt doch jetzt mal deine Fresse. Was, du willst zur Presse? Ja, jetzt drehst du den Spieß um, ja? Weiß nicht, weiß nicht, was du meinst. Meine Güte. Wieso tut er das? Oh, ich hab den Schäferhund hier überfahren. Ey, wie? Hier. Aber der ist nach dem Reset wieder da. Dann überfall ich ihn nochmal. Nein. Und nochmal. Ivan der Hunde. Schüsse! Ich werd beschossen. Ja, siehste. Alter von wo? Ihr Kleinen. Alter. Ich kann dir nicht helfen. Wer beschießt mich hier, ihr Wichser, Alter? Boah, Alter. Ich glaub, es hackt bei euch. Ja, hallo. Herzlich willkommen in DC. Ja, Leute, ich bin so halbwegs an der Base und wurde hier grad beschossen. Oh, ich hör's. Kleinen Penner. Der hat mir fast den Rücken geschossen, der Wichser. Sorry. Wer auch immer ist, war wahrscheinlich der Anmel. Und schnell weg mit dem Fahrrad. Nee, echt, mir hat jemand fast den Rücken geschossen. Wenn der auf dem Fahrrad fährt... Slalom, ne? Naja, ich wollte gerade bloß sagen, ich dachte jetzt gerade... Jaja, Ivan kommt mit Fahrrad nämlich irgendwo. Ähm, vorsichtig schießen dann, ne? Ja. Ich geh jetzt nämlich nach Hause, pack mich in den Sniper und dann schieß ich jetzt immer zurück. Dann guck ich mal, wo der Penner war. Der hätte dich... Alter, ich muss nur zu euch kommen. Ja, eigentlich schon. Wo bist du denn? Was? Oh, diese Flachzange, wer auf mich geschossen hat. Oh, der ist jetzt des Todes. Von wo haben die denn geschossen? Äh, irgendwo hinter mir. Ich hab die Kugel ganz leicht nur gehört und ist neben dem Boden so... Oh. War schallgedämpft. Na, ich seh ja nicht mal dich. Wo bist du? Na, hier auf dem Acker. Vor unser... Wie im Acker? Alter, vor der Base oder wat? Fast. Da war ich auch schon fast. Fast. Ich renne jetzt nach oben. Jetzt warte mal. Alter. Ja, ja. Ich ist ne Docke. Siehst du mich hier oben? Nichts gegen Docke. Ach, da unten kommst du. Hier, fahr jetzt hier hoch. Gerade hoch. Also links von dir. Jetzt, ja, ja, ja. Genau, jetzt fährst du auf mich zu. Ja, du hast meine Sniper, ne? Bitte lächeln. Tschüss. Ranzoomen. Hau ab, den Penner. Komm her. Ja, ich hab dein Zeug im Rucksack. Also, ich glaub, es waren wirklich die Admins, die auf uns geschossen haben. Weil die haben so einfach auf ihre Base. Ja, ja, bist du da lang gefahren? Ja, ich bin da vorbeigefahren. Naja, hab ich doch gesagt. Die haben mich letztens auch im Auto. Also... Ach, da haben sie dich beschossen? Ja, sicher. Wat für... Entschuldigung, aber das ist ja gemein. Die schießen alles ab, was da vorbeifährt. Oh! Au! Alter! Daniel? Ja? Der hat auf deine Waffe getroffen. Du wärst uns jetzt tot, ne? Ja, ich weiß. Ich hab keinen Schaden genommen. Alter Schwede. Komm, lass uns erst mal zu B's hochrennen. Kannste knicken. Warte mal. Hast du deine Waffe schon? Ja, Gott sei Dank. Von wo hat denn der geschossen? Aus der Stadt da unten? Äh... Bin mit Daniel werden beschossen aus No... Äh... Novi... Soboa. Ich weiß nicht, von wo genau der geschossen hat. Alter, ich hab's bloß... Das war eine M107, Daniel. Ich hab's an meinem Kopf nur dampfen sehen. Es war zu ein... Äh... Nein, ähm... Es waren nicht wir. Es sind wahrscheinlich die Admins. Von unten. Auf jeden Fall irgendwo von unten. Wahrscheinlich aus den Schweinestellen rechts. Euer Anteil ist 50 Gold, schreibt er. Äh... Ja. Ist mit... Äh... Äh... Der Lukas schreibt. Äh... Alter Daniel, ich trau mich nicht. Sag mal, schieß. Alter, der schießt mich ab, Daniel. Von wo? Von dem Schweinestall meinst du da unten? Ja, irgendwie sowas. Was? Ich seh da keinen. Ja, ist klar. Warum... Moment. Warum soll man den auch sehen? Ja, Moment. Ich kann mich hier grad durch den Baum schielen. Bug using. Entschuldigung an dieser Stelle. Aber das lass ich mir nicht nehmen, du kleines Ferkelchen. Alter, das war... Der könnte... Ach... Er könnte aus seinem Schweinestall geschossen haben, ne? Aus den kleinen Fenstern. Da steht deren Heli. Nicht erschrecken, ich schieße mal... Ich schieße mal einmal. Aber wohin? Na, in den Schweinestall rein. Damit... Ah... Wer schießt da jetzt? Das war ich jetzt. Jups, das war der Baum. Moment. Ich weiß nicht, ob ich was sehe, aber das ist ziemlich klein. Ich guck mal ein bisschen rechts von uns nicht, dass wir umlaufen werden oder so. Lass uns mal weiter zu Bs. Ich denke mal, der... Vielleicht wollte er mich auch gar nicht töten. Ja, denk... Daniel, meinst du wirklich, dass er rein zufällig auf dich geschossen hat? Mitten auf deine Waffe, der wollte dir in den Kopf schießen. Ja, und da ich meine Waffe aber vors Auge so hatte, ne? So, wie anvisiert. Wie... Landet bei uns jetzt ein Heli da hinten? Komm mal mit. Wer landet denn dort? Ist es Lukas? Wir können ja später uns noch mal kümmern um den... Atmen. Ja, ähm... Moment. Willst du mir gar nicht bieten, ey. Irgendjemand ist jetzt da oben gelandet. Ja, und der schießt ja auch nicht mehr. Siehst du, ich laufe ja hier nochmal. Kleinberg an der Mauer. Welche Mauer? Ach, da hinten meinste. Schau ich richtig? Achso, okay. Ähm... Nichts gesehen. Kein Ding. Also... Schweinestelle. Mauer. Rechts. Achso, okay. Ach, hier vorne gleich, oder was? Ach, ein bisschen links von den Schweinestellen. So direkt hinterm Hang, dass man es kaum sieht, ne? Hast du den entdeckt, oder was? Nee, nee. Habe ich nicht. Ich bin mir sicher, zu 100% die hocken in der Base. Auf jeden Fall. Also, ich denke mal, es ist nur einer. Er baut ja da auch alleine. Da habe ich ja auch schon mal, wo ich mit dem Auto vorbeigefahren bin. Äh... Ja, und gleich. Jetzt habe ich ausgesehen meine Aufnahme beendet. So, wer kam denn jetzt hier mit dem Heli an? Sein Kleinen. Ich komme gleich nach. Ich bringe erstmal das Zeug rein, was ich vorhin noch von der Mission habe. Ja, alles klar. Ähm... Alter, das lasse ich mich nicht nehmen. Sauerei. Hier in unseren schönen Schuppen, da passt eine Menge drin. Der wollte mich töten. Und wozu? Warum? Achso, das ist ja nur... Was habe ich dem getan? Ja, das habe ich mir auch gefragt, als ich da mit dem Auto... Aber ich denke mal, er wird nicht gewusst haben, dass ich das bin. Und... Ja... Ne? So, der Rest ist ja... Alter, die Admins sind schon fies. Sollte ihr übrigens für den kleinen Schnitt, falls ihr es überhaupt gemerkt habt, ähm... Weil... Ich auf wegzoomen wollte, aber... Ne, ich muss das von den Seitentasten auf jeden Fall verschieben. Mhm. Ist ja mies. So... Bloodpacks... Daniel! Ja? Daniel! Ja doch, ich räume hier gerade das Zeug ein. Wollen wir vielleicht... Mal... Gucken, ob wir die sehen? Wie wen sehen? Ja, die... Admins... Kann ich die Sichtweite nicht noch ein bisschen einstellen? Das ist ja wenig. Ne, da kann ich echt nichts machen an der Sichtweite. Das ist serverabhängig. Ach man! Ja, dann kommt ja dieser Nebel. Ja, man sieht einen Scheißdreck. Kann man sich ja nicht mehr wehren. Kackes. So... Und eine Sniper hab ich ergattert. DMR natürlich. Ja, richtig. Die packe ich mir mal unter Umständen... Hab ich hier noch einen Platz? Ja, drei Plätze. Dann kommst du hier rein. Nicht, dass die sich jetzt hier hoch zum Haus auf hin machen, ne? Weil heute Nachmittag... Hab ich ein bisschen mit ihm rumgekappelt und hab dann gesagt zu ihm... Ähm... Ja, darf ich dich erschießen? Und er hat gesagt, aber dann sei dir gewiss, komm ich dich in deiner Basis besuchen. Ja, darf aber keinen, er kann gerne besuchen kommen.